Ich bin auch das erste Mal dabei und habe die Ausschreibung im Internet gelesen. Mein Thema ist eigentlich, ich arbeite mehr plastisch und das Thema ist eigentlich der guten Raum und ich hatte auch da einige Arbeiten eingereicht, aber man hat dann ein dreiteiliges Bild genommen und hat mich trotzdem gefreut, dass ich auch damit teilnehmen kann.